Blackburn Cove, No Vacancy. Heißt so viel übersetzt wie... Kein Zimmer frei. Kein Zimmer frei in der Schwarzbrennerhöhle. Wir singen hier aber trotzdem und machen Quatsch. Du singst? Obwohl das gar nicht zimmerfrei ist. Ach so. Und ihr seht wieder Daniels Bild. Der Kleine ist also wieder die Kamera. Ich bin hinter mir. Ich geb dir mal den Vortritt, Fritze. Und ich bin sehr gespannt, ob ich diesmal wieder mitkämpfen darf. Achtung, Psycho! Ja! Wo? Kriegt wieder Punkte. Sehr schön. Also dieser Revolver ist einfach der Knüller. Kann man sagen, was man will. Das sind alle Waffen der Knüller. Also wenn die eins hinbekommen haben, dann cooles Waffenfeedback. Oh, oh. Ich find die sehen auch cool aus. Ich hab immer noch diese komische Holzwaffe. Sieht russbar aus. Ich geb mal den Gunsert-Mode. Boah, wie wichtig. Ein nach dem anderen Headshotte, weil die sich alle in Reih und Glied hinstellen. Sweet! So, einer ist da noch. Ach, das ist dein Geschütz. Ich hatte mich doch übrigens eben in der Folge beklagt, dass ich keine Musik hören würde. Und das dachte dir bestimmt, ein Bug in diesem Spiel. Weit gefehlt. Auf dem Rechner, auf dem ich das spiele, war die Musik ausgestellt. Also ein Bug in Michi. Genau. Was ganz was Neues. Wo ist denn der Bullimon reitende Zwerg? Das bist aber nicht du, oder? Ich? Seh ich aus, als würde ich auf was reiten. Wo müssen wir denn hin? Auf die Karte, Linsen. Wo ist denn das? Direkt hinter uns. Vielleicht doch hier oben drin. Vielleicht hier unten irgendwo? Ne, hier drüben. Hier sind auf jeden Fall wieder alle Gegner. Oh, irgendwas war hier gerade. Da komme ich auch nicht rauf. Wo seid ihr denn? Ach, hier unten. Hier unten. The Bizarre. Cool. Oh shit. Jetzt hat's mich erwischt. Aber... Last war. Dich kriegen wir wieder hin. Wo sind denn die anderen Pfeifen hin? Kebam. Ja, gehst du hier. Ich mach das übrigens nur wegen den 100 Erfahrungspunkten, die ich dafür krieg. Ist mir logisch. Ist mir logisch. Feinerdeutsch. Au. Au, 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 au. Kommst du her. Au, 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 ich bin fast tot. Mach den der Fritz da unten. Kaufst du ein? Oh, scheiße. Ja, das war natürlich extrem unvorsichtig. Ich habe unten eine Kiste gefunden, die interessant aussah und wollte. Ich will ja nichts sagen, aber ach, du belebst mich schon sehr gut. Oh, ich bin schon wieder tot. Aber man darf scheinbar während man das macht auch nicht schießen. Das habe ich erst jetzt gemerkt. Also während ich dir helfe und dann ich noch gleichzeitig schieße, das ist nicht gut. Das ist aber auch in Echtso übrigens. Ach ja. Deswegen wird Chirurgen bei der OP immer verboten, währenddessen zu schießen. Erst danach. In den USA ist das glaube ich noch erlaubt. Da ist ja alles erlaubt. Das ist ja das Land der unendlichen Möglichkeiten. Der unbekannten Möglichkeiten. Wenn du uns jederzeit schießen darfst. Da darfst du alles machen. Immer. Überall. Wer kam auf diese Idee mit diesen fetten Toilettenhäuschen? Hier ist noch einer. Ach hier. Bitte was? Die Toilettenhäuschen, in denen immer irgendwelche Waffen gebunkert sind. Ich bin bei dir. Ich bin da. Shotgunzwerg. No. Die Druckwelle habe ich im letzten Moment weggehoben. Oh geil. Die Filled Coachgun. Die muss ich mir kurz angucken. Kann die denn? Schon wieder fast das Inventar voll. Mehr Schaden. Weniger Genauigkeit. Höhere Feuerrate. Kein Ort zu verkaufen. Ach die wird jetzt ausprobiert. Was macht die hier? Was gibt es denn hier alles schönes? Ne. Ne alles doof. Ne. Ich habe noch diese ganzen Bartass Punkte, die ich noch gar nicht vergeben habe. Ich glaube ich gebe jetzt mal Tokens für erhöhte. Wo kann man die vergeben? Da ist ganz oben, wenn du das Inventar aufmachst, das hinterste Menü. Das sieht aus wie so ein Ordensbändchen oder wie Stonehenge. Ah ok. Viel Token. Da kannst du dann sagen, was du da machen willst. Nein. Jetzt habe ich draufgeklickt, um nachzugucken, was es ist und habe es sofort genommen. Was hast du denn genommen? Ich weiß es nicht. Ich glaube Nachladegespielt. Das ist das dümmste wahrscheinlich. Müssen wir noch weiter hoch? Es geht auf jeden Fall noch weiter hoch, oder? Ja doch. Es geht noch weiter hoch. Ich laufe mal zu Daniel. Daniel Bummel. Hier ist so eine sehr auffällige Tür. Ich kann also diesen Moment, ich kann diese Herausforderungen beobachten. Und da ist ein Gegner. Ja. Welch verblüffende Symbiose. Zwei tödliche Theatoren. Oh, da ist was. Bitch, man. Und der Zwerg sieht wie ein kleiner menschlicher Rucksack aus. Das ist lustig. Mist, ich dachte, der bleibt da vorne stehen. Wo ist er denn? Wo ist er denn? Der ist da irgendwo hochgehüpft. Ach, der rennt. Oh, Mist. Kann mich mal jemand wiederbeleben? Ja, ich komme. Ich helfe dir. Danke. Oh oh. Oh oh. Juhu. Oh, ich habe schon keine Munition mehr. Ich glaube, das ist das erste Mal. Junge Mann. Du kannst deine Fähigkeit aber ziemlich oft einsetzen, oder? Scheiße. Ja, das tickt relativ schnell wieder hoch. Überleb dich mal wieder. Ja, danke. Ah, hier sind noch so Typen überall. Du hast mir gerade gesagt, ich sei der Beste, Amigo. Ah, ich bin fast tot. Nein, nein, nein. Herzlichen Glückwunsch. Sie sind der Beste. Der beste Polizist. Ja, ja. Achso, hoppla. Dankeschön. Neue Stärke. Was sind die Penner denn hier? Kannst du mal einen Gegner hier in deine Stasis reinnehmen? Super. Die kriegen alle wieder Leben. Aber wahrscheinlich so wenig. Kann es sein, dass die hier endlos nachspawnen? Ja, ich fürchte ehrlich gesagt, ja. Und dann mal lieber... Die kommen hier aus den Türen raus. Ich glaube, wir müssen uns auf das große Vieh... Nein, 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 ich bin fast wieder tot. Hilfe, Hilfe. Ah, wo bist denn du? Ach, da hinten. Ich habe gerade irgendeine Errungenschaft freigeschaltet. Dummerweise geht mir das völlig am Arsch vorbei, weil das eine Steam-Errungenschaft ist und sie nicht nur beim Xbox konnte verkaufen. Wow. Geht euch auch die Munition langsam aus? Ah, scheiße. Schön langsam, ja. Warte mal, ich versuche mal zu dir durchzukommen irgendwie. Wo bist denn du? Ach, da hinten. Vorsicht, hinter mir ist einiges los. An den Gegnern. Vielleicht treffe ich da einen. Ja. Danke sehr. Die sind jetzt aber alle weg. Au! Au, 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 au. Wir haben noch Granaten wahrscheinlich, oder? Muss denn der große? Ja, ist die Treppe wieder hoch. Da ist er. Ah, da ist er. Boah! Was denn? Das war der Headshot. Der spielentscheidende Headshot. And the crowd goes wild. Das Schöne ist, bis ich an dem dran bin. Das war's. Yippie. Ach, dann waren das zwei. Ich hab nämlich den Reiter runtergeballert. Ja, genau. Ja, genau. Das war's. Ja, ja. Wenn du dir in den Kopf schießt, sagt sie, interessante Reaktion. Schau mal, kein Gesicht. Ich hab ne Shutgun mit Zielfernrohr. Wofür braucht denn ne Shutgun ein Zielfernrohr? Shutter. Wofür braucht Gott ein Raumschiff? Ja. Ja. Lass mal gehen. Lass mal gehen. Danke. Es war sehr nett bei Ihnen. Sehr angenehm. Sehr angenehm. Sehr angenehm. Wir werden's weiterempfehlen. Aber jetzt müssen wir dann auch, wir sind dann auch recht früh gegangen. 14er. 14er. Dann haben wir nämlich jemanden dabei, der heilt. Wenn ich Schaden nehme, werde ich schneller und lad schneller nach. Das ist super. Sag mal, Fritz, kannst du eigentlich in deinem Talent bauen, was machen, dass wir Munition zurückkriegen? Weil ich weiß noch, den Soldier im ersten Teil, der konnte mit seinem Turret in dem Umkreis so eine Art Nachladestation bauen. Ja. Ich glaube, das geht aber bei mir noch nicht so bald. Moment. Ziegenauigkeit. Schütz. Ich glaube, das sehe ich jetzt hier zumindest nicht. Ich muss auch, ganz ehrlich gestehen, ich muss mal bei mir den ersten Punkt, den ich jetzt noch zusätzlich habe, in die Gesundheitsregeneration reinstecken, denn ich brauche es. Explosivschaden. Ich brauche es. Total ungenau. Aber egal. Das probieren wir jetzt mal aus. Was haben wir hier noch? Feuern erhöht Zielgenauigkeit. Probieren wir die mal aus. Ah, die andere ist schon besser. Hast du gehört, was der gesagt hat? Nee. Ich hasse Kopfrechnen. Ich weiß. Ich weiß. Das kann jetzt übrigens auch jeder Mann auf YouTube gucken. Deinen großartigen Auftritt als Colonel Dummkopf. Oberst Dummkopf. Oberst Dummkopf. Was meinst du da meinen Auftritt? Mein Verwandter. Nein! Ja, was heißt hier Verwandter? Enger Verwandter. Ich verstehe die Frage nicht. Hast du die Folge auch schon online gestellt? Ja ja. Wir stellen alles online. Unglaublich. Auf dem GameStar-Kanal. Wie heißt die Folge? Der Golf von Oman 2? 2. Genau. Bis das Internet voll ist. Spielt Daniel einen sehr intelligenten Rosen. Also er spielt sich selbst nur diesmal auf Russisch. Hoch damit und raus mit ihm. Voller Energie und fertig. So, jetzt habe ich hier die Kaboom-Schotze mit Explosiv-Munition. Boah! Weg, 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 weg. Hilfe, 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 Hilfe. Und ich stelle wieder fest, dass mir Schrotflinten eigentlich keinen Spaß machen. Böser Schnitzer. Ist das auch so eine länglich nach oben gezogene Schrotflinte? Bitte? Ich habe Second Wind geschafft. Daniel, ist das auch so eine nach oben gezogene Schrotflinte? Ne, die sieht aus wie eine Waffe aus Mass Effect. Irgendwie mit so Warnfarben vorne dran. Vorsicht Explosion und so. Zeig mal ganz kurz. Ja, das meinte ich mit diesem, dass sie nach oben hin länglich ist. Dann haben wir das gleiche. Was hältst denn du von der? Aber ich habe glaube ich noch ein Zielfernrohr drauf, was ich nicht verstehe bei der Waffe. Was soll denn das? Das ist doch eine Nahkampfwaffe. Dann kannst du noch genauer zielen, wo die Schrotmunition hin soll. Zufällig, wo sie zufällig hinfliegt. Ich glaube, ich verkauf mal hinten ein bisschen was. Ach, gute Idee. Ich verkauf auch was. Das ist ja das Schlimme, man muss ja immer Platz schaffen. Also Spaß machen die irgendwie alle nicht so recht, diese Schrotflinten. Ich bin jetzt mal langweilig und gehe zurück auf meinen MG. Da sagt sie jetzt da draußen, nein, du kannst doch nicht die tolle Schrotflinte und so. Aber ich mag einfach Schrotflinten nicht so gern. Du magst Schrotflinten nicht? Was ist mit dir los? Ich bin mehr der MG-Typ. Ich bin echt mehr der MG-Typ. Gibt man eigentlich pro Levelaufstieg auch mehr Lebensenergie automatisch schon mal? Oder muss man das nochmal irgendwie extra durch die Tokens leveln? Ich hoffe, du bist geimpft. Hm. Nassig. Bis bald. Wisst ihr, dass ihr euch da auch direkt aufheilen könnt an dem Ding? Echt? Wenn du das oberste nimmst? Ich habe jetzt so eine Autoregeneration angeschaltet als Skill. Ah. Wenn mein Schild voll ist, dann lade ich langsam Energie auf. Aber uns alle oder nur dich? Nur mich. Nur mich. Weil ihr seid mir auch scheißegal. Oh, ich sehe, im Ladebittschirm werden doch immer Waffen vorgestellt schon mal. Ja. Hier wird gerade ein unfassbar langes Gatling-Gewehr vorgestellt. Das möchte ich jetzt gerne haben. Aber hier haben wir doch schon mal aufgeräumt. Ja, das ist halt vorn wieder unordentlich. Erstmal die Kinder zwei Minuten allein. Wie mit Kinderzimmern. Können noch so aufgeräumt sein, sobald du einmal kurz die Tür zumachst. Schwupp. Alles wieder im Total-Chaos. Ist auch so wie dein Schreibtisch übrigens, Fritz. Meiner? Nein, das war natürlich... Meiner ist super sauber. Stimmt, deiner ist zurzeit echt top. Ich habe es nicht mehr ausgehalten, dass es immer so ein Sau-Stall war. Dann hacken wir einfach auf Martins Schreibtisch rum, weil der ist ja gerade nicht da. Der ist unfassbar vermüllt. Echt. Ekelhaft. Und diese ganzen Essensreste. Ich glaube, die haben auch mal eine Folge von Messi-Alarm bei RTL 2 da an dem Schreibtisch gedreht. Wo dann viele Zaungäste dabei waren, die dann enttäuscht waren, dass dieser Messi dann doch nicht da war. Nee. Sind's hier noch irgendwo Gegner? Ah, ja. Mach da hin. Die kommen immer wieder aus diesen blöden Türen raus, die in schwarz führen. Voll beschissen. Aus dem Dark Place. Aus dem Dark Room. Sie sehen auch ein bisschen so aus, als würden sie aus dem Dark Room kommen. Das stimmt, ja? Da sind noch mehr von denen. Da ist schon wieder einer oben am Balkon. Junger Mann. Balkon. Karums. Karwendel. Granate. Vielleicht wollen die Romeo und Julia-Monologe zitiert bekommen. Vom Balkon runter? Ja. Nee, zum Balkon hoch. Balcon. Was machen wir denn jetzt? Achso, wir bringen erstmal die Belohnung zurück. Wir gehen die Quest ab und beenden dann diese... Diese Eisregion? Was? Die Eisregion? Oder? Ja. Bam! Ruhren wir uns dann das Schiff. Auf zum U-Boot. Ja, zum Boot. Wo ist denn da noch einer? Da ist auf dieser... Insel sind noch ein paar. Da sind noch ganz viele. Ja. Sind alle wieder zurückgekommen. Wenn die mal stillhalten würden, kann ich den einen nach dem anderen kopfmäßig... ne? Kopfschussmäßig abschalten. Oder so. Geht auch. So, wir müssen das wieder abgeben zu Saad und Hinkebein. Ist das dein großes Vorbild eigentlich, Fritz? Der Fritz ist ein bisschen lädiert momentan. Das hört ihr beim Zugucken gar nicht. Der hat einen kaputten Fuß. Wahrscheinlich, wenn die Folge ausgestrahlt wird er nicht mehr. Ist ja bestimmt. Ist dahin hoffentlich mal heil. Wenn du weiter so unvernünftig bleibst, dann musst du ja ab, der Fuß. Aber dann können wir dir einen Roboterfuß hinbauen. Wie der Hammerhead? Ne, Hammer... Ja, wenn schon ein Maschinengewehrfuß. Wie bei Planet Terror. Das wär saugeil. Ist zwar immer ein ganz schöner Krach, wer da auftritt dann. Das gab's doch auch mal irgendwo, oder? Planet Terror. Da hatten Martin und ich neulich drüber gescherzt, dass das bei Wetten das eine doofe Wette wäre, wenn jemand sagt, er kann Personen am Schritt erkennen, am Schrittgeräusch. Und dann laufen da halt nur, was weiß ich, Robocop oder Johnny5 und so entlang. Kann man auch immer schon... So, ich geb mal die Quest ab. Ich als Kamerafuzzi. Servus. Hammerlock, so heißt er. Sagt der bei dir grad was? Ich kann mir nen neuen Kopf verpassen. Geil. So. Hat der noch ne Quest jetzt? Nö. Das Mission Board geht aber wieder, aber es ist keine Mission da. Mission Impossible, könnte man sagen. Hm. Was machen wir denn jetzt als nächstes? Achso, wir wollen zu dem Schiff zurück, ne? Wir wollen zu dem Boot. Bester Handlanger aller Zeit, die Claptrap-Geschichte. Wir sind dafür auch auf genau dem richtigen Level. Eine Sekunde, ich mach grad noch meine überflüssigen Schilde verkaufen. Wir sind schon ein bisschen über die Zeit, aber ich glaube bis zum Levelausgang gehen wir dann doch noch, oder? Naja, wir müssen uns ja theoretisch das Schiff hochkämpfen. Ja, aber dann schauen wir uns das Schiff doch wenigstens noch an, damit unsere Zuschauer auch wissen, auf was sie sich einlassen in der nächsten Folge. So nen Kopf haben wir aber alle bekommen, oder? Ja, ne neue Customization, wie der Amerikaner sagen würde. Finde ich eine sehr lame Belohnung übrigens. Neuer Kopf? Wenn man niemand von denen ist, die gerne irgendwo rumkustomisen. Also ich fände es bei dir schon ganz gut, wenn du einen neuen Kopf hättest. Ich fass nur gegen meinen Kopf. Wo lauft ihr denn hin überhaupt? Total falsch. Ich weiß nicht, wo ich hin muss. Ich will nach Hause. Wieder da, wo wir dieses Schiff besiegt haben. Diese dicke Bärter. Ach so. Und dann durch den Canyon durch. Dann war ich ja schon richtig. Ihr habt mich total irritiert jetzt mit eurem Quatsch. Ach, wo nach unten hier? Da so. It's a long way to sanctuary. Kommt Daniel gar nicht mit? Doch, doch. Daniel trödelt nur rum, wie immer. Naja, solange er seine Hausarbeiten nicht vergisst. Die ganzen toten Piraten noch rum. Hausarbeiten. Der macht die gar nicht weg, ne? Unglaublich. Ja, das ist halt das Geile am PC. Da bleiben Leichen länger liegen. Da fliegt mehr Blut durch die Gegend. Da gebe ich doch gern mehr Geld für aus. Liegen denn die Leichen physics verstärkt auch geiler rum dann? Ich glaube schon. Aber hallo. Die liegen mit geiler verdrehten Bliedmaßen auf dem Boden. Hier geblieben, junger Mann. Ah, Herzerl. Bisschen wie in Dings, oder? Lollipop Chainsaw. Was denn Herzblatt? Da war das auch so. Da wurde immer ein armloser Tölpel in einem Kraftfeld gefangen. Und dann kam er nicht mehr raus. Ja, nur dass das Kraftfeld Studio des Bayerischen Rundfunk hieß. Sie fliegen mit dem Herzblatt-Tuchschrauber in die Borderlands. Erleben Sie zwei actionreiche Tage mit Ihren liebsten mit sinnloser Gewalt mit dummen Sprüchen. Ich spreng mal dieses Fass. Hast du gesehen, wie der Herz hier quasi ein Fass aufgenommen hat? Waren das jetzt hier alle? Ne, da sind ja noch mehr. Das ist ganz schön sinnlos. Muss der wieder nach oben. Das ist kein Spaß. No, jetzt bleibt mal stehen. Jetzt hüpft der runter. Ah, das ist ja der Fritz. Bist du ja, da oben ist doch noch einer da. Ist ja hier noch einer. Oh, der schmeißt mir Granaden. So, tschüss. Piff, paf. Jetzt habt ihr ihn von unten schon erledigt. Ist noch weit. Da kletter ich extra nach oben. Hier kommt das coole Band. Ah, die sind wieder da. Warum sind die wieder da? Die wäre es wieder da. Die Bosse. Ne, oder? Doch. Oh Gott. Das ist der eine. Boom. Kommst du her. Tatsächlich, die sind auch im Schiff wieder. Der weiter aber beherrschbar. Ist der andere auch wieder... Oh Gott. Ja, ja. Oh Mann. Nooo. Oh crap. Oh crap. Oh crap. Das ist aber bedeutend leichter als beim ersten Mal. Oder sind wir nur bedeutend besser schon? Ich glaube wir sind bedeutend besser. Aber jetzt ist es halt... Ich glaube vorhin war es noch auf Hard für uns eigentlich. Jetzt sind wir schon auf Normal. Kann mir das hier mal wissenschaftlich erklären, warum die wieder da sind? Ja, äh... Wir haben ihn vergessen. Wasser. Außerdem, die haben halt auch einen ganz normalen Tagesablauf. Melee! Melee bis zum Tod. Ja. War es das? Auf der Karte ist nichts mehr rot. Gut. Sondern... Überall liegt noch noch Loot rum. Überall liegt noch die Gefolgschaft an. Was hab ich denn jetzt eigentlich noch eingesammelt hier? Irgendeine Granaten-Mod. Nämlich... Oh, die ist besser als meine. Ich hab glaube ich auch noch irgendwelche. Moment. Ausgerüstet. Explosionsradius erhöht und Zündungszeiten verringert. Das ist doch super. Ich hab irgendwas gefunden. Nee, nee. Ach ja, die Granaten-Mod. Ist gekauft. Da ist das Schiff! Oh, guck mal! Mit Feuer! Seht ihr das gerade? Das war schon immer da. Ja. Echt? Ja. Nee, das geht auch mal. Achso, dann hatte ich in dem Moment grad noch hingeguckt. Ja, jetzt ist es wieder aus. Ja, jetzt ist es aus. So, und mit dieser Panorama-Ansicht. Panoramischen Ansicht. Panoranistisch. Dann lassen wir euch in den Abend und freuen uns schon mit euch auf die nächste Folge. Bis dann! Tschüss!